Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Vlog, meine Freunde. Und zwar heute ist der Tag, auf den alle schon seit Wochen gespannt warten. Heute ist der 23.3., heute starten die europaweiten Demos gegen Artikel 13. Ich selbst werde heute in Köln sein und deswegen muss ich auch langsam los. Wir haben jetzt gleich 10 Uhr, ich fahre jetzt gleich mit dem Auto zu meinen Eltern. Und von da aus fahre ich dann die letzten paar Kilometer mit dem Zug nach Köln. Und ja, ich sage mal, wir sehen uns gleich wieder. Yo Leute, wir sind jetzt am Bahnhof angekommen, in Griffenbruch. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo ein Schild steht. Okay, genau über mir. So, wir werden jetzt von hier aus losfahren mit dem Zug nach Köln zur Artikel 13 Demo. Und ja, Zug kommt auch gerade, wie man sehen kann. Peace. So, wir sind jetzt in Köln und wir haben schon jede Menge Leute gesehen im Zug und auch jetzt hier am Bahnhof, die alle schon auf dem Weg sind zum Neumarkt. Wir sind jetzt, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Mal gucken. 13 Uhr, 14 Uhr geht es los. Also wird jetzt auf jeden Fall schon ordentlich was los sein. Also zumindest den Menschenmengen nach zu urteilen, die wir schon getroffen haben. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, wie zu erwarten ist das WLAN-Netz hier sehr überlastet und mobile Daten geht hier auch gar nicht. Also das können wir mit dem Livestream wohl vergessen. Ich versuche es gleich zwischendurch nochmal. Ich habe ja gerade schon mal gestartet, aber geht gar nicht. Deswegen mache ich einfach mal ein bisschen Videomaterial und schneide euch da ein bisschen was zusammen. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich würde die Kamera anders halten, so hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Vielleicht muss ich gleich mal die Kamera ein bisschen anders halten. Also es gibt hier einen Wagen mit einer Bühne. Da wird bestimmt auch gesprochen drauf. Und ich denke auch mal, dass der ein oder andere bekanntere YouTuber oder so hier sein wird. Müssen wir sehen. Ich versuche auf jeden Fall für euch einiges aufzunehmen. Beziehungsweise versuche gleich nochmal einen Livestream zu starten, obwohl ich mir da jetzt nicht allzu große Hoffnung mache. Ja, ich sammle einfach Bildmaterialien und schneide euch dann was zusammen. Beziehungsweise versuche gleich nochmal einen Livestream zu starten, und dann schau mal ein bisschen was zusammen. Yeah, you can be saved, yeah. You can be saved by the holes We're the Globots! Wir sind kein Problem! Wir sind kein Problem! Wir sagen Nein zu Artikel 13! Nein zu Artikel 13! Wir sagen 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 Nein zu Artikel 14! Wir sagen Nein zu Artikel 14! Wir sind hier, wir sind laut, einmal uns die Freiheit glaubt. Wir wollen keinen Artikel 13! 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 Safe your Internet! 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 Wow! Und jetzt machen wir das noch einmal zurück! Ohhhh! Macht die richtig nass dahinten! Ohhhh! Hammer! Ein Applaus für euch selber! Schön, dass ihr alle da seid! Danke! Lauter! Für euch selber! Los! Klopft den Nebenmann mal auf die Schulter! Wir danken euch bei eurem Nachbarn, dass der auch da ist! Ich übernehme das Mikrofon dem einzigartigen, großen, nicht frisch gefärbten! Der hat über die erste Demo veranstaltet! Also auch noch mal einen Applaus an Silvrooo! Oh mein Gott Leute, ich bin gerade... Wir haben den kompletten Platz gefüllt! Das hätte ich nicht gedacht! Damals, wo ich die erste Demo gemacht habe, da waren wir... Wie viele Leute waren wir? 1500 Menschen oder so! Und jetzt sind wir... Letzte Zahlen, die ich mitbekommen habe! Knapp 15.000 Menschen! Und das ist echt! Leute! Applaus an euch auf jeden Fall erstmal! Das ist mega geil! Das ist so viel für diese Sache einsetzen, die auch verdammt wichtig ist! Ich will jetzt nicht so viel reden! Meine Stimme macht schon langsam wieder schlapp! Ich kann langsam glaube ich nicht mehr! Ich gebe das Wort gerne direkt an den guten Abend von Save the Internet nochmal weiter! Ihr seid geil! Vielen Dank! Save the Internet! Also, ich bin fassungslos, keine Ahnung was ihr dazu sagen sollt! Also, ihr wisst gar nicht wie ich gerade nervös bin, aber irgendeiner muss es ja machen! Also, erstmal vielen Dank! Ich find's geil, Köln! Ihr seid einer der friedlichsten Demo gewesen für mich persönlich und viele andere auch! Es ist einfach der Hammer gewesen! Wir sind natürlich hier, um nicht nur Karole zu singen und hier die Schilder hochzuhalten, sondern wir sind auch hier, um Informationen zu teilen! Okay, der erste Redner, der natürlich auch ein paar Informationen rausknarren will, ist der liebe Dennis! Ich übergebe das Mikrofon! Also, nicht so sehr nach vorne schauen, sonst wird er noch ganz nervös! Ich bin selber ganz nervös! Also, wir tun jetzt so, als seid ihr jetzt alle nicht hier! Dankeschön! Ich bin der Dennis Deutschkemer! Stellvertretender Bundesvorsitzender der Piratenpartei! Und da wurde auch so gesagt, ja, Mensch Dennis, du hast doch schon mal vor Leuten gesprochen.. Alter, nicht so viele! Kein Scheiß! Ja, ich weiß gar nicht, die, die hier vorne stehen, sehen, wie meine Hand zittert im Mikrofon. Und das, was wirklich am überwältigsten ist, das ist diese, dass ihr hier alle seid. Also so unglaublich viele Menschen. Ich weiß nicht, diese Spontan-Demo, da wurde ja gesagt, okay, komm, also 5.000 Leute werden da vielleicht da sein, 10.000, wenn es hochkommt. Und es sind jetzt, was für 14.000, 15.000 Menschen, die hier sind, viele junge Menschen. Ja, nochmal einen Applaus für euch selber, beklatscht euch mal. Ja, ein großer Dank, ich hoffe, ich halte hier nicht so sehr. Ein großer Dank geht aber auf jeden Fall noch an dieser Stelle an Julia Reda. Ehren-Julia höre ich hier gerade. Und die unglaublich viel Arbeit, fast unmenschliches im Europäischen Parlament vollbringt, teilweise eben auch die Dokumente nach draußen liegt, wundervolle Arbeit. Und von mir aus nochmal an dieser Stelle sehr, 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 sehr großen Dank. Vielen Dank, Julia. Ich werde jetzt direkt die nächsten zwei Jungs ankündigen. Die waren jetzt schon die Tage bei World World Wohnzimmer sehr fleißig am Argumentieren mit den anderen Leuten. Jetzt kommen hier einmal der gute Rewi und der gute Rezo. Kommt mal hoch. Ja, Mann. Das sind mega viele Leute, das ist super, ist krass. Ja, dann, Jungs, the stage is yours. Viel Spaß. Super, danke schön. Erstmal Hallo Köln. Hallo. Sehr gerne, dass ihr alle zusammengekommen seid. Ich sehe so viele junge Menschen, die sich auf einmal für Politik interessieren. Auf jeden Fall erstmal einen Riesenapplaus an euch selber, bitte. Für die Leute, die uns nicht kennen sollten, Rezo ist ein Content Creator größtenteils auf YouTube. Twitch und beide irgendwo im musikalischen Bereich täglich. Ich bin Produzent und DJ, er ist auch Produzent. Also sind wir quasi in einem kreativen Leistungspektrum genau drin. Generell erstmal, gerade uns YouTubern oder Influencer-Menschen wird immer wieder vorgeworfen, dass wir gegen diesen Artikel sind, weil wir unseren eigenen Job bedroht sind. Grundlegend ist das nicht der Fall, weil wir wären tatsächlich als Content Creator, die Leute, die originalen Content erstellen, sogar Leute, die davon profitieren würden. Das heißt, wir würden sogar noch mehr Kohle hinten reinbekommen, als schon jetzt. Dementsprechend ist das eine Sache, wir sind einfach hier oben, weil wir moralisch damit überhaupt nicht d'accord sind. Ich glaube, die großen Gegenargumente sind schon so gut wie genannt worden. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz sagen, was mich persönlich daran stört. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist klar, dass es halt einfach keine vernünftige, technische Realisierung eines Upload-Filters geben kann. Denn wenn man sich mal überlegt, wie viel Content im Internet umherrscht wird und wie viel Content auf YouTube oder anderen Plattformen hochgeladen wird, auf YouTube sind es, glaube ich, 450 Stunden die Minute, die hochgeladen werden, da gibt es, wie eben schon gesagt worden, dass keinerlei Rechner, keinerlei Server, keinerlei Kapazitäten, dass so etwas überhaupt anständig kontrolliert werden kann. Des Weiteren wird niemals ein Algorithmus, niemals wird ein Algorithmus in der Lage sein, zwischen Parodie, Satire und eventuell dem Originalwerk vernünftig unterscheiden können. Das heißt, allein da geht es eventuell schon mal in den Bereich Zensur und sowas rein. Es wurde oftmals gesagt, dass humane Nachkontrollen dann nötig werden. Aber ich frage euch eins, wie sollen denn 450 Stunden Videomaterial von Menschenhandlern persönlich approved und nachkontrolliert werden? Das ist faktisch einfach nicht möglich. Im Großen und Ganzen geht es aber auch nicht nur darum, dass eventuell der Content und unsere eigene Meinung damit zensiert werden könnte, sondern dass auch ein Stück weit der Wettbewerb darunter leidet. Denn wenn man sich mal vorstellt, dass kleine Plattformen keinerlei Möglichkeiten mehr haben, ihren eigenen Scheiß quasi durchzuziehen, weil sie sich laut Reformen tatsächlich an dem heißen Industrial Standard richten müssen, das wäre dann in dem Falle das YouTube-Content-ID-System, das Ding an 100 Millionen gekostet. Das kann sich in Reddit, das kann sich auch eine kleine Plattform einfach schlichtweg nicht leisten. Das heißt, diese Plattformen sind gerade in der Angst, die wissen nicht, sind wir davon betroffen, müssen die eventuell dicht machen und bevor dann vielleicht sogar die ersten Klagen reinkommen, machen wir lieber komplett zu. Und das ist doch schade. Gerade im Bereich Lernplattformen und Unterhaltungsplattformen gibt es so viel Vielfalt im Internet und genau da werden wir jetzt beschnitten. Das ist einfach nur Scheiße tatsächlich. Ich möchte nochmal ganz kurz auf einen Tweet hinweisen. Im Großen und Ganzen gab es noch ein klein bisschen Aufregung darüber, dass der Artikel 13 jetzt natürlich durch den Artikel 9a ein bisschen entschwächt worden ist, aber es gibt einen neuen Artikel, nämlich den Artikel 17. Ich habe im Internet eigentlich noch nicht so viel dazu gefunden. Wie gesagt, die Abstimmung ist nächste Woche vom 25. bis zum 28.03. Ich glaube aber, dass diese Demonstration hier auf jeden Fall gut dagegen hält. Was jetzt da genau drinsteht, weiß ich nicht. Ich habe allerdings mitbekommen, dass da natürlich auch die Upload-Filter wieder ins Gespräch gebracht worden sind. Das heißt, wir werden hier quasi ein Stück weit verarscht. Man sagt, ja, die Leute sind noch gegen Artikel 13 auf die Straße gegangen. Jetzt steht der gleiche Scheiß, da war Artikel 17 drin. Hilft uns so nicht weiter. Rezo möchte noch ein paar Worte sagen zu einem Abgeordneten namens Daniel Kasparski, der eben in der Bild eine Sache gesagt hat. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall schreckt dagegen. Ich möchte nur abschließend ganz kurz sagen, am 23. bis zum 26.05. sind die Europawahlen. Jeder Mensch in Deutschland, der 18 Jahre alt ist, darf wählen, nutzt eure Stimme auf jeden Fall, geht auf die Straße weiterhin und wir kämpfen weiter. Dankeschön! Ja, ich wollte eigentlich, als Sie mich vorhin gefragt haben, ob ich was sagen will, wollte ich eigentlich gar nichts sagen, weil ich bin nicht so der Live-Reden-Typ. Aber, dann habe ich vorhin einen Tweet gesehen von der CDU, dass wir Demonstranten gekauft sind und das hat mich so getriggert. Das hat mich getriggert als jemand, der logisch gerne denkt und das einfach nicht mag, wenn man irgendwelche Verschwörungstheorien in den Raum schmeißt an die ganzen leicht beeinflussbaren Leser von der Bild-Zeitung und das keineswegs mit irgendwelchen Quellen versucht zu belegen, sondern einfach sagt, das ist bestimmt so. Das triggert mich also als wissenschaftlich denkender Mensch, nochmal. Es triggert mich aber außerdem als jemand, der demokratische Prozesse, wie das hier, sehr schätzt. Weil, was man damit tut ist, dass man sagt, das hat keinen Wert. Hier gehen Leute auf die Straße, aber nein, das zählt nicht. Die Leute, die sind bestimmt gekauft. Das haben wir ja in dieser kompletten Unterhaltung, in diesem kompletten Diskurs so oft gesehen von den Fans dieser Richtlinie. Dass sie gesagt haben, nein, das Gehirn wurde gewaschen, hat hier ein Dude von der GEMA gesagt, hier Mickey Mäuser oder so. Oder, dass der Protest die Simulation ist, hat die FAZ verbreitet. Diese ganzen Scheißverschwörungstheorien, einfach nur um davon abzulenken, was die Leute wirklich sagen. Um davon abzulenken, was in dieser Richtlinie wirklich scheiße ist. Denn es gibt so viele, so viele Experten, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und diese ganzen Versuche, diese ganzen Sachen sollen ja nur davon ablenken, sollen ja nur von diesen ganzen Punkten ablenken. Das heißt, es wird irgendwie ein Bild aufgebaut von, ja, das sind so ein paar junge Leute und die haben nicht so viel Plan. Aber eigentlich ist es so, dass zig Professoren für Urheberrecht sagen, ey, Artikel 11, Artikel 13 ist eine Katastrophe. Wir dürfen nicht zulassen, dass es das gibt. Dass der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte sagt, ey, für Meinungsfreiheit ist das ziemliche Scheiße. Dass unser Datenschutzbeauftragter sagt, ey Leute, das ist datenschutzmeistisch ziemlich blöd. Dass die ganzen IT-Leute, die ganzen Experten sagen, ey, das ist technisch nicht mal umsetzbar. Und wieso sollten wir dann, wenn die Richtlinie so schlecht ist, handwerklich so eine Katastrophe, wieso sollten wir die jetzt unverändert durchwinken, anstatt einfach nochmal ranzugehen an diese Richtlinie und eine ordentliche zu machen? Okay, das war's von uns beiden. Möchtest du noch was sagen? Ich glaube, eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen wollte, wir stimmen alle damit überein, dass wir uns für Urheberrechtsschutz aussprechen. Eine Sache, die uns immer wieder vorgeworfen wird, dessen ist nicht der Fall, wir sind für einen Urheberrechtsschutz. Aber diese Reform ist kacke und die wollen wir nicht. Dankeschön. Mega gut. Leute, vielen Dank. Ihr habt nochmal richtig gut Stimmung gemacht. Das waren noch die passenden Worte. Das hast du ganz gut gemacht, wieso. Daumen hoch. Einmal aufrufen die beiden nochmal. So, es war richtig, richtig voll. Ich weiß nicht, ob man das im Video gesehen hat oder ob es nur ein Livestream war. Ich habe ja nochmal gestreamt, hat auch funktioniert. Aber mehr schlecht als recht. Und das Problem, wo wir hin müssen. Ja, wir müssen hier hoch. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall im Rückweg. Wir sind gerade auf dem Weg wieder zum Bahnhof. Und ja, es waren insgesamt so um die 15.000 Menschen hier. Also es war richtig krass, richtig voll. Also wir haben Glück gehabt, dass wir noch ziemlich weit vorne gestanden haben. So konnte ich dann halt den Stream auch schön laufen lassen. Naja, so, jetzt müssen wir auf jeden Fall zurück. Wir haben noch nichts gegessen heute. Wir haben auf jeden Fall Hunger. Jetzt müssen wir erstmal was essen gehen. Und ja, vielleicht melde ich mich gleich nochmal. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt aktuell, ich muss da ja mal für Uhr gucken, Viertel nach zehn. Also der Tag war ganz schön lang. Und ja, mein Fazit würde ich sagen, es war gut. Es war anstrengend. Wir sind, ja, lange gelaufen. Und es war sehr, sehr voll. Deswegen konnte ich euch leider auch mit dem Livestream nicht so, ich sag mal, versorgen, wie ich es gerne gewollt hätte. Ich habe es ja nachher geschafft, zumindest am Heumarkt für euch eine Stunde zu streamen. Vorher war absolut nicht möglich. Also das Netz war so belastet. Jeder WLAN-Hotspot, der bereit stand, war total belastet. Und man ist sofort nach ein, zwei Minuten wieder rausgeflogen. Deshalb waren unter anderem auch ein paar Streams dabei, die halt nur ein paar Sekunden oder gerade mal eine Minute lang waren. Dafür möchte ich mich auch nochmal entschuldigen. Das sollte nicht so sein. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu schlimm. Denn im letzten Stream, den ich laufen hatte, der ja jetzt auch noch online ist auf meinem Kanal, der ging, wie gesagt, ich glaube 59 Minuten oder so. Da waren jetzt nicht allzu viele anwesend, was ich jetzt verstehen kann, nachdem ich halt drei, vier, fünf Mal versucht habe, so einen Stream zu starten und das Laufen abgebrochen ist. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr gehabt, zuzugucken. Ihr könnt es euch ja trotzdem nochmal angucken, wenn ihr Bock habt. Ich werde aber auch aus dem Material, was ich jetzt auf der Kamera hier aufgenommen habe und aus dem, was ich im Stream noch drauf habe, ein Video zusammenschneiden. Denn alles, was ich jetzt im Stream habe, habe ich natürlich nicht auf der Kamera, weil ich nicht mit zwei Sachen da stehe und alles abfilme. Deswegen werde ich das auch ein bisschen mischen, denke ich. Ich muss mal gucken, ich weiß ja nicht genau, wie ich das zusammenschneide. Ich werde es, ja, ich werde es morgen wahrscheinlich machen. Also quasi am Sonntag werde ich es wahrscheinlich schneiden. Und ja, so, wie gesagt, alles in allem, denke ich, war es ein voller Erfolg. Meine Stimme ist noch okay. Ich werde extra ein bisschen leiser, weil die Kinder schon schlafen. Und auch, weil wir ja viel, ich sag mal, geschrien haben heute. Also mein Eindruck war, es war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es waren sehr viele Menschen da, 15.000. Aber das sagte ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Videoschnipsel vorher. Keine Ahnung, wie gesagt, 15.000 sollen es gewesen sein. Mit 10.000 habe ich gerechnet. 6.000 waren angemeldet. Also locker das Doppelte war da. Also war schon geil. War schon richtig geil. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ja, und auch, wenn man das jetzt vielleicht nicht hier in diesem Video sieht, unter anderem auf der Bühne, oder ich sag mal, ich sag jetzt mal Bühne, bei unserem kleinen Wagen, waren unter anderem Reso, Simon, wie heißt der, Simon Will oder so. Und Rewin Zeit. Die habe ich, das sind auf jeden Fall die drei, die ich gesehen habe. Ich bin nicht bis ganz zum Ende geblieben, weil ich dann meinen Zug kriegen musste. Oder wir unseren Zug kriegen mussten. Ich war ja mit Christopher, einem Kollegen da. Ja, und jetzt werde ich wahrscheinlich noch mich ein bisschen an die Pläser setzen. Ein paar Röntgen zocken. Ein bisschen Rocket League oder so. Mal gucken. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Stream. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Natürlich. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Und ciao.